Wir erklären jetzt zuerst einmal das Equipment, was wir haben. Dann zeigen wir euch die Surfbretter. Erklären noch einmal, wie man sich richtig im Fluss verhält. Und dann geht es schon ab ins Wasser. Das sind die Surfbretter, die wir benutzen. Vorne ist die Nose, hinten ist der Tail. Wir legen uns noch ein bisschen weg. Und dann ziehst du deinen rechten Fuß nach vorne und stellst ihn mittig vor dir aufs Brett. Ja, war geil. Ich bin leider rausgefallen. Nächstes Mal. Ja. Ja. Heute zum ersten Mal ausprobiert. Echt sehr geile Sache muss ich sagen. Man kriegt auch nach dem dritten, vierten Mal echt Lack mal ein bisschen Fühl. Und das Ding hat echt Power. Also, go for it.